boi leute keine ahnung wo der buscher ist aber er ist mit dem team und ja ich würde mal sagen angriff ist die beste verteidigung ich vermute mal er pinkelt gerade b er ist jetzt wieder am gamepad das ruschen guscheln hören und ich bin tot das ist ja frech ich bin voll zwei mit schokolade essen ich kann nicht darauf los und ich gehe auf richtung c dann machen wir in der mikrowell ein bisschen in kopf richtung damit wir den schmatzen laut wird er ist gut was wo wir hinziehen wir sind in einem sport auf b auf der ctc oder b ctc warte mal ich bin ja ja ganz schlimm cheater sind das definitiv cheater an die wand ich hab sie erkannt und bämm weggebar man zwecke mann zwanzig aber nicht schön wo sind alle die nacht soll hin alter diese komischen jedi typen sind aber auch wirklich im bau oder warum fliegen hier so viele weiße tauben rum was soll das hierbei ich habe scheiße nachgeladen aber ich werde das ist sehr gut treibpositionen und jetzt werden wir gleich noch b haben da oben hoch gehen ich kann nicht die fähigkeiten anzeigen okay da habe ich mich dann hinter der vase doch relativ sicher gefühlt es war etwa eine fehleinschätzung aber der typ war ja gar nicht ich will die aus aussehen für die hier aussehen ändern ich will jetzt einfach nur ach der kann ja gar nicht fliegen der teil und über die sammlung menüs freigeschalt kampf punkte erhöhen also was ich nicht verstehe warum sollte ich als gut als einziger typ hier in roten roten dings haben das ist ergibt gar keine alle hier betroffen ist erstaunlich was alle hier getötet ich bin erstaunlich gut meine güte kommt jetzt ist die heilungszeit hey to the king faust hoch was sie geheilt und das für eine heilung gewesen deswegen habe ich gerade in diesen typ gespielt es war eher so ein asthmaspray wieso was wie wo habe ich das verpasst muss man wieder ein bisschen hier sniper ich gehe auf das war genau ich bin außerdem der captain ihr euch schon wieder der fußball kann doch keiner treffen oh hier sind ganz viele unten ganz ganz viele ich habe doch mindestens zweimal sein fuß geschossen der ppvk ganz ehrlich der hat überhaupt kein fußgefühl mehr da kannst du reinballer was du willst der merkt gar nichts voll weggesimmelt ja hier unten bin ich bin ich ja die tötet sie alle alles rein von allen seiten auf dem deck es nun da ich bin mir nicht so ganz sicher ob jetzt die wirklich die first person oder die写te person sich besser ist ja mal das ist so geschmackssache ich gehe auf b b b wo sind b b b b b warte Unsere Feinde werden fallen, genau wie ich. Passiert schon. Das ging ja schnell. Ja. Okay, B. Wir gehen auf B. Nicht gut. Volle Kraft auf B. B, B, B. Aber keine Güterlei. Scheiße. Alter, das war einfach nur Pro-Skill-mäßig hier. Und eine Grammade raus. Zack. Jetzt geht's los. Ja, gar keiner mehr. Hier der Lappen. Ja. Der Masse nach. Nein, der Masse nach und du musst sie anführen. Einer muss es ja machen. Der da unten. Alter, irgendwer schubst mich. Irgendwer zieht mich. Ich will nicht. Lassen Sie mich. Alter, dieser komische Jedi-Typ, der kann einen ranziehen. Und dann schießt er mich doch. Vanilla, Milk, Wolle. Arschloch. Was machen wir denn jetzt, Gusha? Ich geh jetzt auf B wieder. B, B, alles klar. B, 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 B. Ich hab's noch runter. Jawoll. Jawoll. Wie ist es der Ball gewesen, ey? Also, dieser komische R2-D-Zuverschnitt, der kann mich echt mal am Arsch lecken. Die haben jetzt hier ganz schön... Also, ich geh nur noch auf B. Also, was Gutes weiß ich nicht. Ach, ist gut. Ihr ausgeräuchert. Boah, wieso, weshalb da rum? Wenn ich schieße, bleib dumm. Was? Was für ein Verräter, ey. Das ist wie ein Rezeptor irgendwo. Oh, lass mich doch mal einen killen. Der flitzt ja rum. Boah, ein bisschen in Front fahren. Es kommt da so eine scheiß Heldin auf mich zu. Ja, das sind die aller... Boah, ich hab mal einen gekillt mit dem Flammenwerfer, ey. Ich bin der Oberpro. Ey, ich räuchere sie einfach aus. Muss ich eigentlich nachladen mit dem Ding? Tatsächlich muss ich. Das an. Was macht das? Alter, der Flammenwerfer Johnny ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so übel. Ein paar ob ich... Boah, würde ich mal sagen. Kann man durchaus mal machen. Mach ich nochmal. Alles gut. Alles klar. Halte L2. Ach, wir haben B, gut. Krass. Hab ich halt hinbekommen. Das war wie, äh... Ach, ich mag den Offizier eigentlich. Naja, eigentlich nicht so geil. Ja, frühe Ejakulation, ne? What the fuck? Alter, hör auf, mich anzuschnetzeln. Nicht ich. Hab dir null Schaden zugefügt. Die Alta hat doch nicht alle Latten am Zaun. Na, warte. Na, warte. Was ist echt... So, platziert er diesen nicht. Das verstehe ich auch nicht. So, ich hol mir jetzt so eine Karte hier. Geht nicht. Du betreibst nicht. So, los hier. Zack. Wir haben ja jetzt B. Wollen wir jetzt mal auf A gehen? Wollen wir die Kommando passen? Gerne. Muss A da drüben. Irgendeinen Schuss wird ja wohl mal ankommen. Ach, es war wieder so ein Lurch. So einer, der mehr kann. Boah, macht jetzt voll die Granate. Die Granate hier. Und haut mich einfach weg. Weil ich so gut war. So, ich nehme jetzt den Scharfschützen, Johnny. Und gehe auf... Ich gehe jetzt auf E. Damit rechnet keiner. Keiner geht auf E. Wo ist denn E? Ich gehe mit auf E. Wo ist denn E? Und E, das E. So. Ah, passt auf. E ist... E ist wohl das ja aus der Scharfschule. Ja, nee. Nee, nee, nee. Aber das weiß keiner. Also, pscht. Nicht weiter sagen. Ja, also unbedingt, ja. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier sind ja alle. Wer wird... Was war denn das? Das ist doch schlecht. So, wo sei der? Komm her. Hinter der Palme. Wenn ich wüsste. Ich habe mich selbst geblendet. Das ist immer nett. Das ist gut. Das ist wie bei Predator. Das ist nicht immer verkehrt. Ich sehe gar nichts. Besser, besser wie gar nichts machen. Das stimmt. Okay, wir sind jetzt direkt auf E. Wir sind am Einnehmen. Aber irgendwie mögen sie es nicht. Wieso? Und alles in der Welt schießen die... Das gibt es doch nicht zum Mäuse melken. Oh, Imperator. Oh, der Knie spielend. Ah, ja, ja. Der böse... Sehr gut, ich bin hinter dir. Sohn von irgendwem. Nee, du bist doch der aus Star Wars Episode 2, oder? Ist der nicht hier? Das eine ist das Herholen, das andere ist... Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ist das aber nicht... Ist das nicht eigentlich Darth Vader in Jung? Nee, 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 aber... Franz! Du bist doch jünger wie ich. Du wüsstest sowas. Das ist der Sohn von... Hans Solo. Was? Und der Solo, die Tochter von der Prinzessin Lea. Ja. Hä? Ja! Franz! Nee, das ist doch der... aus Episode 2, der da unten seinen Arm verloren hat und verbrannt ist. Nee, das ist der Anakin. Nee, 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 nein, du meinst den Luke. Luke mit dem Arm verbrannt. Mit dem Arm einfach kackt. Errobert, das Einsatz sind... Naja, Darth Vader halt. Nee, Episode 2, nee, das ist eine ganz neue Filmreihe da. Ach, die kenne ich nicht. Irgendwer ist da und hat mich mit einem Schuss weggesammelt. Das weiß ich doch nicht. Die neuen Filme, ich bitte dich. Wer guckt denn sowas? Ja, das ist doch so ein... Äh, da... Da... Wo der... Wo voll schlimm, der eine stirbt, der... 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 Hans Solo... Jetzt renn nicht so rum. Ich... Ich kann dich leider nicht... Jetzt. Ich bin wieder hinter dir. Jetzt mach mal was. Schütz mich mal. Ich bin hier... Ja, ich muss mich aufbauen. Erstmal wir mental. Das finde ich gut. Du hast nicht so viel Energie, ne? Auf Schub... Was? Das reicht? Okay. Nicht gut. Macht sie gefangen, ey. So. Ich kann dich schützen, indem ich... Ich bin direkt hinter dir. Wenn wir auf C kommen, dann gehen wir auf C einfach und ich kann. Okay, auf C finde ich gut. Also ich weiß nicht, ob du mit so einem Schwert da was anrichten kannst, aber... Du, ich kann mich schützen, das macht voll Spaß. Ja, das seh ich, das seh ich. Wie war das mit dem gerade? Du kannst mich schützen mit dem... Ah, der hat das Ding gemacht, der Wichse. Das ist der andere, äh, coole Herr, der hat die Artillerie gerade geholt, wo wir rein sind. Mit der Artillerie kann ich natürlich nichts machen. Ich hab mir hingestellt, da kannst du natürlich... Also, Gusche, das war... Wir halten mal fest, das war ein Flop. Ja, das war ja... Der hat eine Artillerie gemacht. Der hat er, der wusste genau, wir kommen jetzt. Und dann hat er hier einfach mal Artillerie... Er hat mich einmal weggesammelt. Von oben hab ich wie ein Fugel... Ja, da wusste ich, wie ein Fugel... Nicht eine Artillerie, bist du ja, eine Artillerie, die muss ich schon überhaupt nicht planen. Der hat genau gewusst, du kommst da rein und... Naja, wenn du denn komisches rotes leuchtendes Schwertbruch hältst, hier so eine Fackel... Könnt ihr der mal sterben hier? Sag mal, mach ich gerade eine Kerze an oder will ich den verbrennen? Das ist doch zum Mäusemelken. Ich bin ja der mega lahm-arschigste Typ. Ich hab das Gefühl, viele sind neben mir her. Das kenne ich. Oh, jetzt gib mir mal irgendwer ein... Was ist denn das für eine Scheiße? Warum kriegen wir gerade so dermaßen auf den Sack? Oh, wir brauchen nur noch A. Alle auf A. Ich hab B geholt, irgendwie. Alter, ich will einfach in eine MG, was schießt, ohne dass es kacke ist. Ich hab einfach alle Fähigkeiten. Ich hoffe, ich mach's richtig. Was? Cash? Johnny Cash? Ich geh jetzt auf A. Alter, ihr habt zwei abgeschüttet. Was macht er hier? Er fliegt einfach mal seine Runden. Ich drehe hier schon seit Stunden. Oh, einfach meine Runden. Aha. Das hättest du ja nur Lappen. Mach sie fertig. Zack. Haha, du Lappen. Oh, oh, ich Lappen. Ich drehe hier schon seit Stunden. Vermeide meine Runden. Alter, ich bin grad so der Pro, dass ich einfach sterbe. Ich war einfach zu Pro jetzt. Aber es war gut. Also wir müssen nur noch A in. Wir müssen jetzt unbedingt auf A. Guck mal, wie viele Punkte wir gerade machen. Wir sind unbedingt auf A. Wo ist denn A? Ja. Nee, nicht A. Aber es war ein Schmerz. Zum Einsatzziel Vorrücken. Tee, tee, tee. Tee, tee, tee. Tee, tee, tee. Tee, 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 tee. Was? Die dreckige... Otze. Fitze, fitze, fatze. Oh, oh. Sehr gut, Johnny. Ich habe eine Plätze. Der ist mir doch schon die ganze Zeit hinterher gelaufen, dieser komische, dieses Alien-Biest. Das habe ich ganz leicht im Nacken gespürt. Ich bin dafür, wir sollten immer einen Schluck Bier trinken, wenn wir sterben. Stirbst du eigentlich mal? Ich auch, aber das funktioniert nicht. Ich gehe jetzt wieder auf E. Ich gehe jetzt mal auf E. Ach komm, ey. Ach, zu zweit, ihr Lappen, ey. Johnny Lappen. Johnny Mc Lappenberg. Hier brauche ich es. Geht doch wieder auf B. Okay. Ready, steady, go. Oh, falsche Tasse gedrückt. Alter Lotz. Hinter ihm. So, Leute. Hahaha. Volle Möhre, ey. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es war verdammt gut. Ganz. Ich fühl mich auch gerade als Speerspinze. Sehr gut. Ich habe sogar wen besiegt, obwohl ich nichts gesehen habe. Das ist das Stamm. Mehr als wenn ich wen sehe. Das ist echt gut. Der gefällt mir. Der kann einiges, glaube ich. Weil ich viel töte. Ich weiß nicht mehr, was das hier ist. Ballern sie denn. Hahaha. Ich habe einen gefetten Granatwerfer da. Oh. Alter. Die hat ein fettes Laserschwert. Nee, den Johnny will ich nicht. Ja, den scharfschützen Johnny. Ey, wir sind gerade in Führung. Komm. Wir müssen jetzt eine gute Taktik haben. Sag mal eine gute Taktik. Äh. Angriff. Ja. Oh Mann. Die Wichser einfach hier. Die Bulle. Ja, bewegen. Wir nehmen jetzt C ein. Ja, genau. Ja, C ist gut. Ich hatte auch mal was. Wir müssen halt einfach so, dass die eingekreist sind. Okay, nachgeladen. Komm, komm, komm. Ey, komm. Du hast einen Jedi-Mantel an, ey. Du bist... Das ist einfach krass. Du hast einen Mantel an, ey. Oh. Ficker. Da hängen sie hinter den Bäumen. Sie hängen hinter den Bäumen. Okay. Einfach alles aktivieren, was geht. Ja, das versuche ich, aber... Das mache ich gerade voller Krass. Von hinten... Der Sekundärangriff bei den Feuermenschen ist ganz geil. Aber wir führen knapp... Ultra krass. Ja, eben. Aber wir haben einfach 20 Punkte vorhin zurückgelegen. Deswegen. Das ist wie eben. Das ist jetzt einfach unsere Chance hier einfach mal ordentlich. Das ist unsere Chance. Ja, ja, ja. Mit unserer Lanze. Ich gehe jetzt auf E. Ich habe so viel kaputt gemacht. Irgendwer muss doch mal sterben. Irgendwo muss das hingehen. Ich gehe jetzt mal auf A. Ah, ah. Ist sehr nah. Ich will das A. Alter, was ist denn das für ein Abspritzer? Der ist ja wirklich ziemlich lame. Was ist das? Ich muss ein bisschen weiter. Ein bisschen höher. So. 93. Sieht doch schon mal gut aus. Boah. Kann man machen. Wir haben drei Sachen. Echt? Offizier mag ich irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Warte. Ich bin noch nicht so weit. Jetzt geht es mal hier auf A hier. Ich bin noch nicht so weit, du Pisser. Ich habe gerade begriffen, wie das funktioniert. Ah, der ist gut. Der Johnny ist schnell. Wiederhole. Johnny ist schnell. Okay, ich gehe jetzt auf A. Ich bin dabei. Okay. Du widersetzt dich oft meinen Befehlen, ne? Ich bin eigentlich der Typ Captain hier. Ich? Ja, du. Wo gehst du hin? Mir ist egal, aber... Dann geh mal auf A. Niemand entkomst der ersten Ordnung. Kylo Ren ist zu uns gestoßen. Jawoll, ja. Ja, wir haben es. Jetzt kann ich so sagen, Einsatz ziel. Jawoll. Wir haben es, Alter. Wie können wir diese Dinger einfach immer kriegen? Wir sind einfach die Oberpros. Wo müssen wir denn hin? Ach, du Lappen. Du Lappen, du hast doch schon verloren. Ich meine... Was soll das? Es ist doch... Es ist doch einfach... Was soll das? Pfff, was soll das? Ich wurde getötet mit irgendjemandem. Ich werde gerade wieder ans Schiff kommen. Äh, du musst ganz, ganz schnell hin. Du musst jetzt einen schnellen Charakter suchen. Und dann... Ich glaube, wir haben dann... Alter, da will ich aber nicht sein. Da fliegen viele. So ein Ding hier. Ich habe so ein Schild. Ich ziehe jetzt einfach an. Das ist gut. Hm, er kam, starb und starbte. Schockstock. Ich wurde von einem Schock... Wieder von diesem blöden Ball. Dieser Ball ist der letzte Rotz. Okay, wir haben es auch geschafft. Hauptsache... Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Okay. Das ist unser Plan. Wir gehen auf A. Keine Ahnung, was A ist, aber ich bin der Meinung, wir sollten auf A gehen. Was hältst du davon? Wieder bei? Ich denke auch. Was? Gute Idee. Ähm, ich nehme den... War der gut? Der war nicht gut, ne? Ich nehme den schweren Johnny. Let's go. Du, 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 du. Huh! Okay, ich bin gerade auf B unterwegs. Ich habe mich verirrt. Jetzt sind wir zu zweit... Drei Teams wollen auf B. Ist eigentlich auch ganz geil. Drei auf B. Wir haben B gleich. Ich bin gestorben bei B. Direkt auf B. Wieder von diesem Lurch-Gesicht. Ähm... Ich glaube, der Scharfschütz ist nicht so schlecht hier. Wo bist denn du? Was machst du überhaupt? Bist du überhaupt noch am Start? Ja, ich bin voll dabei. Ich bin ja gerade voll am... Aua! Diese Pissa! Aber ich habe ein paar erwischt. Das sind nur ganz gut. Flammenwerfermenschen. So, pass auf jetzt. Gezielte Granate nach vorne. Alter, der ist gut. Bam! Ich sehe gar nix hier. Geh mal aus dem Weg hier. Ne, ist aber wieder. Okay, wir sind eigentlich ganz gut auf B gerade am Start. Jawoll. Guck mal. Ne, das war kacke. Ne, das ist auch kacke. Ne, ne. Gib mir mal hier eine gute Waffe. Genau, das Ding. Okay, ich muss weg. So, wir sind... Wir haben B. B ist... Jawoll, du Lurch! Alter! Johnny McFlomberg! Äh... Buscher? Ja. A. A. Wie geil. Okay. 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 Warum nicht? So, wir sind auf A unterwegs. Nicht auf mich. Warum nicht? Ich bin... Wir laufen nicht mal richtig. Alter, wir machen die so platt. Ich bin jetzt auf B unterwegs. Ich korrigiere meine Aussage. Das ist gut. Das ist gut. Das ist auch gut. Ja, er tobt dich aus. Äh, ich kann dir sagen, B ist sehr gut bewacht. Hahahaha. 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 Dort ist, ähm... Krass hier mal... Ja, mein Bier ist auch nicht mal offen. Irgendwas läuft hier definitiv falsch. Okay. Aber ich muss mich jetzt konzentrieren. Volle Konzentration. Straight ahead. Jetzt kommt hier der... Wie konnte ich den mal nach vorne? Kann ich so nach oben? Okay. Was? Wo war jetzt hier mein Raketenbums? Wozu drücke ich denn die Scheiße? Komm. Jetzt hol ich den Raketenjohnny raus. Zack. Bleiben wir mal vor hier. Bleiben wir mal jetzt mal vor. Hab ich jetzt mal... Jawoll. Raketenjohnny ist draußen. Der Lufttruck da ist ja nicht gar nicht so übel. Ja, so muss es sein. Einer hab ich getötet. Diese Lurche. Diese komischen Lurche. Die haben echt... Ja. Den Flammenwerfer Jonny. Der ist jetzt richtig gut. Der ist jetzt richtig gut. Einen schönen Molotow rein. Was ist das hier? Heilung? Okay. Ist gut. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Das ist es. Geh weg. Ah, das kann doch nicht wahr sein, nicht? Wir sind jetzt bei B. Wie ich da voll den... volles Opfer gereinigt... Was? Ich war doch grad hier im Superheilungsmodus. Dirty Dan hat mich einfach platt gemacht. Der Dirty Dan. Oh, der... Der Kern ist verwundbar. Alter, unsere Taktik geht voll auf. Komm, wir haben noch fünfeinhalb Minuten. Voll auf den Kern. Seid in ihrer Nähe vorsichtig. Oh nein! Das ist der Kleine wieder. Der kleine Fußball. Okay, er ist weg. Alles gut. und dann merke ich es weg Reszen Sie das. Was ist das für ein Meise hier? Dieser Froschgönig hab mir einen reingedrückt... Wo geht denn so was? Ghusha was machst du? Das ist gut. Du denkst dran ne? Wir müssen den Kern zerstören. Pass auf, jetzt kommt von der linken Seite und Semmeln volle Möhre rein. Wir haben einfach gar keine Chance. Klappen. Ach, da macht der die Tür zu. Die dreckige Schossammlerin Ray hat sich dem Feind angeschlossen. Jawohl. Es war zu gefährlich, aber ich wollte es unbedingt. So, wir brauchen den Flammenwerfer, Johnny. Oh nein, komm, dreieinhalb Minuten, das müssen wir schaffen. Sonst müssen wir den ganzen Kampf unten wieder machen. Oh, jawohl, jetzt, guck dir das an. Noch ein Viertel. Naja, ein Drittel vielleicht noch. Ja. Ich grill den Kern. Okay, er hat noch, er hat nur noch ein wenig. Er hat nur noch sehr wenig. Nur drei Minuten. Das schafft man. Das schafft man locker. Das schafft man echt locker. Die haben überhaupt keine Chance mehr. Das ist einfach, das ist safe. Lappen. Okay. Komm, jetzt bin ich hier an der Reihe. Jetzt gibt es auf den Kernen und damit ist er zerstört. Und ich bin tot. Völlig egal. Der. Ich habe es geschafft. Buscher, mal wieder. Ich kann es nicht glauben. Wir sind das strongest. Wir sind das bestreite. Wir sind die Kusah und die Franz-Nation. Was willst du? Ja. Rock'n'Rolle. Alter, da guck dir das an. Wir sind nicht mal unter den ersten fünf. Aber ich bin mir ganz sicher, ohne uns hätte ich es geschafft. Niemals. Niemals. Nee, definitiv nicht. Das war einfach. Dle, 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 dle.